Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Kardashians der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Peter, und? Wir sind also falsch, aber reich, bekannt, bis jetzt stimmt's, was passt nicht? Wir ficken das Internet. Tun die das? Weiß ich nicht. Wir auf jeden Fall. Ich rede ja von uns. Ach so. Ja, nee, ich hab nur versucht, den Bezug zu den Kardashians zu finden. Einzige Kardashian, den ich ja auch wirklich mal in einem Film gesehen hab, ist ja der Typ von einer der Damen. Hier in diesem Buddies, Buddies, Buddies. Dieser komische, der ist glaub ich auch mit jeder da. Der Typ einer der Damen. Also die eine ist auf jeden Fall mit Travis Barker zusammen, ne? Also mit dem Schlagzeuger von Blink-182, den kennt man auch. Ja, stimmt. Aber ich mein, der ist, glaub ich, hauptsächlich Comedian. Keine Ahnung. Ich blick da nicht durch. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nie eine Folge dieser Reality-Serie gesehen. Okay. Da würde ich lügen. Aber trotzdem, keine Ahnung, wie die heißen. Pete Davidson. Weiß ich nicht. Ach, der? Ja. Der gehört zu den Kardashians? Ich mein zumindest, dass der mit einer zusammen ist, oder war? Der gehört zu dem Clan. Das ist eigentlich auch Clan-Kriminalität. Wahrscheinlich. Bei den Kardashians bestimmt auch, ne? Das zählt unter Clan-Kriminalität, glaub ich, ja. Auf jeden Fall. Ich hab eben noch einen Bericht über die Schere Arm-Reich gehört. Da werden Sie die sich wahrscheinlich auf der reichen Seite einfinden. Ja, meinst du? Ist auch weitergeholt. Und ich würde sagen, alles, was auf dieser Seite ist, ist schon kriminell. Nicht höchstkriminell manchmal, aber insgesamt immer relativ ziemlich kriminell. Ja, aber das ist doch nur der Turbo-Kapitalismus. Das ist doch die American Way of Life. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Fuck America. Denn das können alle. Und das Schlimme ist, nur nicht jeder. Ja. Summ-Summ-Di-Summ macht die Biene. Das ist mal eine Überleitung. Ich hätte auch natürlich singen können. Und diese Biene, die ich meine, I stay firm. Hast du nicht letztens die Biene Maya tatsächlich mal gesungen? Gesungen? Ja, auch als Überleitung zu irgendwas. Erinnere mich daran. Die Biene Momo vielleicht. Keine Ahnung. Egal. Gut, du hast hier ganz elegant zum neuesten Film von Jason Statham übergeleitet. Du weißt gar nicht, was du mir für einen Gefallen damit tust, dass du den richtig aussprichst. Das ist wirklich unglaublich. Weil egal wo, bei welchem Kanal, bei den Kollegen und egal wo, überall hört man Statham, Statham. Alles, nur nicht seinen wirklichen Namen. Jason Statham heißt der Mann. Ja, meine Damen und Herren hier bei den Filmfressen, lernen sie noch etwas. Ja, die Sache ist, weißt du, an meiner Türklingel oder an unserer Türklingel steht Witterich. Nee, steht Wicherich. Stimmt, hast recht. Witterich werde ich häufiger genannt. Also ich weiß sogar nicht. Ich weiß sogar nicht. Deine Türklingel. Ja, hast recht. Sorry. Äh, Briefkasten. Eins von beiden ist falsch. Wobei ich es richtig reingetan habe und dann hat der Hausmeister das falsch ausgetauscht. Aber gut. Der hat dich einfach umgetaucht. Du heißt jetzt so. Das Problem ist aber, ich habe ja nicht diese schlagkräftigen Argumente eines Statham. Von daher hat der, ich kenne mich auch nicht, aber selbst wenn, ich würde dir wahrscheinlich keinen Roundhouse-Kick verpassen. Das stimmt. Nee, habe ich nicht, haben wir nicht. Aktuell habe ich Haare. Also auf dem Kopf. Schneid die dir mal, du Hippie. Ja, geht wieder ab. Keine Angst. Es ist aus wie so ein Hippie, wie so ein linksgrün versüffter Klimakleber, siehst du aus. Es ist kalt. Die brauchen, ganz ehrlich, jetzt muss man sich gar nicht mehr auf der Straße festkleben. Einfach so mal auf der Straße lecken, weil es so kalt ist. Bleibst einfach kleben. Auf jeden Fall. Aber du ahnst gar nicht, wie richtig du mit der Richtung schon mal bist. Weil dieser Film, sein neuer The Beekeeper, ist, glaube ich, ein sehr interessanter Kommentar zu aktuellen Bewegungen in den USA. Oh nein, jetzt wird es politisch. Oh nein, der Alman Arim rächt sich auf. Auch im Action-Genre ist sowas dann eventuell mal anzutreffen. Inhalt, meinst du ja? Jein, also das ist so ein Pseudo-Inhalt, beziehungsweise ich weiß letztlich auch nicht genau, auf welche Seite er sich hier schlagen möchte, aber dazu gerne später mehr. Weil runtergebrochen ist das hier natürlich wieder ein ganz typischer, banaler 0815-Actioner, wie wir ihn schon tausendmal von ihm gesehen haben, nur in einem etwas anderem Gewand. Er nähert sich so ein bisschen John Wick hier, also der Regisseur David Ayer. David Ayer. Ayer. Ayer, der hat Ayer. Sag ja, Ayer, wir brauchen Ayer. Der hat auf jeden Fall Ayer. Der hat sich Richtung John Wick so ein bisschen orientiert, was so die Optik angeht, was die Pace angeht auch, was so die Choreografien der Action-Sequenzen angeht. Leider ein bisschen ausufernd und manchmal ein bisschen unübersichtlich, aber man hat dann irgendwie doch noch das Gefühl, so halb zu verstehen, was da passiert. Ja, aber der Statham hat ja schon häufiger so Rollen gespielt, so ein Mann alleine gegen alle. Das war Transporter, das war The Mechanic und so weiter und so fort. Gut, nur bei Expendables hat er dann sich 50.000 Leute zusammengetrommelt. Hier kämpft er letztlich gegen Armeen. Ach, ich habe gedacht, gegen Bienen. Nee, er ist ja Imker. Ach ja. Er ist der Beekeeper. Er ist der, der sich mit Bienen auskennt und der auch ständig irgendwelche Metaphern, Allegorien zu diesem Thema bringt. Oh nein. Ja, aber das Lustige ist, es hat natürlich auch eine tiefere Bedeutung. Das ist halt tatsächlich die Politische. Aber wie gesagt, da möchte ich am Schluss kurz zukommen. Oh nein, ich weiß schon, welche Begriffe dann fallen. Okay. Letztlich ist es, wie gesagt, eine ganz simple Story. Er ist Imker, aber wir wissen natürlich von vornherein, er ist eigentlich kein Imker, sondern das ist nur so seine Ausrede, einen ruhigen Ruhestand, also seinen Ruhestand zu genießen. Beziehungsweise er macht das auch gerne, aber er kommt halt aus einer Spezialeinheit oder sonst was. Na klar. Also das wundert mich jetzt nicht. Natürlich nicht. Aber davon gehst du ja auch aus, das muss ja auch so sein. Dafür castet man den Typen und in diesen Rollen funktioniert er halt auch wunderbar. So, und er ist halt bei einer netten älteren Dame, hat sich dort eine Scheune gemietet und züchtet da seine Bienen. Diese Dame fällt leider auf so Internetbetrügereien und wird um ihr komplettes Vermögen plus zwei Millionen, die sie in einem Wohltätigkeitsfonds oder sowas hat, betrogen. Der Enkeltrick. Genau, und daraufhin begeht sie Selbstmord. Boah, was? Ja, das ist ziemlich hart. Man sieht tatsächlich den Schuss nicht, aber man sieht das Ergebnis. Der Film ist auch, der hat eine FSK 18, der ist teilweise auch echt brutal. Ah, hätte ich mir den doch mal angucken sollen. Ja. Und das ruft dann ihre Mutter auf den Plan. Die ist natürlich FBI-Agentin. Und allein daran merkt man schon, der komplette Film ist halt von der ersten bis zur letzten Sekunde konstruiert. So viele krasse Zufälle, die aufeinandertreffen. Wenn du ein Rädchen irgendwie ein bisschen drehst, fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Das weiß man ja, dass Karten aus Rädchen bestehen. Ja, war ein schöner Vergleich, ne? Ja, eine sehr schöne Metapher, ja. So, das ruft halt die Tochter aufs Spiel und die will natürlich dann Rache nehmen, beziehungsweise halt die Täter stellen. Allerdings ruft das auch ihn auf den Plan, weil das der einzige Mensch ist, die ihn als Mensch auch behandelt hat. Und er hat sich halt wohlgeführt und auf jeden Fall, er möchte jetzt Rache nehmen und möchte diese Verbrecher, diese bösen Buben halt stellen. Und so kämpft er sich natürlich dann halt von untersten bis letztlich zum obersten Boss, sei ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und das erfährt man auch relativ schnell, weil die Drahtzieher sind relativ jung. Das sind fast schon Jugendliche, junge Erwachsene, die halt mit dem großen Geld spielen und halt vor allem halt auch mit vielen leben. Und so haben wir auch einen wunderbaren Antagonisten oder wunderbar Reh-Antagonisten, bei dem wir uns halt freuen, dass die halt dann wirklich wie die Bienen halt alle hier hingerafft werden. Also der Imker, der wird halt diesen Bienenstock komplett ausräuchern, zermatschen und also ne da... Den Begriff meinte ich nämlich, Bienenstock. Ja natürlich, ja ja, das kommt tausendmal. Und wie gesagt, es geht noch tiefer in den Kaninchenbau, auch wenn das nichts mit Bienen zu tun hat. Ja, wie gesagt, es ist eine sehr simple, generische, hohle Story, die geliefert wird. Es ist knallharte, teils sehr cool choreografierte, mäßig gefilmte, aber stylisch inszenierte Action. Das ist aber das, was man erwartet. Genau. Das kann man ja haben, was man bei Silent Night von John Woo ja nicht bekommen hat. Richtig. Dämliche Sprüche von Jason Statham. Die Nebenfiguren sind auch völlig egal. Alles, was um dieses FBI herum passiert, spielt dann am Schluss vielleicht eine Rolle, weil das zumindest dann sozusagen den Nebeneffekt hat, dass der Film sich nicht unbedingt als gewaltfährlichend herausstellt, weil die Polizei tatsächlich nicht unbedingt befürwortet, was er macht. Das hatten wir ja jetzt in anderen Filmen dann schon mal so, ach ja komm, passt schon, wirst nicht belangt, weil du hast dich ja mit den Bösen angelegt, du hast ja nur die Bösen getötet, das passt schon. Das ist hier ein bisschen anders. Das heißt, der Ausgang ist dann in der Hinsicht auch vernünftig gewählt. Also er wird schon als Held irgendwo dargestellt, aber es ist nicht so, dass er von den agierenden Figuren in seinem Umfeld als dieser gesehen wird. Der Film feiert ihn vielleicht so ein bisschen, aber letztlich geht es halt wirklich um den großen Abschaum dieser Welt, die sich halt wirklich an armen, hilflosen Menschen halt bereichern. Von daher kann man da, glaube ich, auf jeden Fall auch schon auf seiner Seite sein. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht zu Gewalt aufrufen würde, aber es geht ja vor allem darum, zu verstehen. Fiktive Gewalt, es geht ja um die Leinwandgewalt, die Action, die wir sehen wollen natürlich. Also viele Kollegen haben den auch als richtig dumm bezeichnet, würde ich von mir aus unterschreiben, aber ganz egal, der Film macht Spaß, weil der teilweise so bescheuert ist und weil der so herrlich trockene Momente hat. Und der Jason Statham, der ist halt knallhart hier. Und ich habe ihn lang nicht mehr so cool gesehen. Das hätte ich mir tatsächlich bei Expendables gewünscht. Und am Schluss haben wir dann tatsächlich auch noch diese deutliche politische Ebene. Ich weiß nicht, inwieweit du auch Filme vom Aya, Aya, wie auch immer, in letzter Zeit so gesehen hast. Müsste ich mal gerade diese Suchmaschine namens Google fragen. Ich weiß, dass er auch Drehbücher geschrieben hat und so. Ja, genau. Der hatte den Training Day zum Beispiel gemacht. Ach so, das Drehbuch. Ja, ja, da hat er geschrieben. Das weiß ich. Suicide Squad hat er ja regiert. Der war ja Ultrascheiße. Genau. Okay. End of Watch habe ich gesehen von ihm. War okay? Ja, so inszenatorisch und so. Da ist auch wieder so ein bisschen politische Agendas und so. Aber das Agenda klingt jetzt auch wieder so, ne? Als, äh. Ja. Für wirklich was im Schild. Also, da geht es um so eine Polizeistreife. So ein bisschen wie Cops, die Serie nur in echt. Also so als Film und endlich, endlich als Doku, ne? Geht dann um, ja, wo die da so im Ghetto unterwegs sind. Ja. Ne? Suicide Squad hat er auch gemacht. Die letzten paar Filme von ihm, die ich gesehen habe, war Suicide Squad, End of Watch und Bright. Okay. Und, also da war End of Watch schon der Beste. Ja, bin jetzt, also bin ich jetzt kein Fan, ne? Von ihm. Aber Drehbuch zu Train Day war cool. Train Day ist ein geiler Film einfach. Ja. Ja, ich hatte nur so gehört vor allem, dass der so ein bisschen politisch arbeiten soll aktuell, so in den letzten Jahren. Weiß nicht, wie das bei Bright war. Aber er hat hier für mich tatsächlich, also das sehe ich zumindest in diesem Film, einen Kommentar zum Sturm des Kapitols. Ah. Mein Problem ist nur, ich kann nicht genau sagen, ob er das befürwortet oder ob er das ablehnt. Weil die Lösung, die er ja am Schluss bietet, ist so ein Mittelweg. Es geht halt schon so ein bisschen darum, dass er derjenige ist, der dafür sorgen muss, wenn ein System nicht mehr funktioniert, halt die Verantwortlichen dieses System, sag ich mal, zu eliminieren, damit die ausgetauscht werden. Also ein bisschen der Punisher-mäßig quasi. Ja, genau. Nur die Sache ist halt, letztlich macht er es auf gewisse Art und Weise schon, aber auch nicht. Deshalb finde ich es ein bisschen schwierig, da irgendwie dann eine Seite zu sehen, für die er sich dann letztlich entscheidet. Also ich sehe irgendwie den Mittelweg, was nicht so schlimm ist, wie wenn er es dann befürwortet, aber nicht so gut ist, wie wenn er es dann negiert. Aber gut. Ja, der Wolfgang M. Schmidt hat das ja eindeutig in eine Richtung gepackt. Bei dem B-Keeper jetzt? Ja. Okay. In seiner Bewertung, der sieht da die Unterstützung von Trump-Supportern und so. Aber ja, ich habe es nicht gesehen. Ich kann es natürlich nicht sagen. Ja, wie gesagt, also er hat am Schluss die Möglichkeit, jemanden sehr Wichtiges auszutauschen und er tut das halt nicht. Deshalb ist es nicht so ganz, wie gesagt, es ist irgendwie so das Mittelding, aber mit Tendenz tatsächlich zu ein bisschen eher Sympathisierung mit der rechten denn der linken. Aber es ist so ein bisschen wie Deutschland, wo du halt nicht immer in der Mitte bist, sondern immer tendenziell ein bisschen rechts warst. Und auch bist. Mittlerweile ja schon deutlich mehr. Aber gut. Wie gesagt, letztlich ist es auch ein Unterhaltungsfilm. Und diese politische Agenda, die er von mir aus dann auch in den letzten Jahren führt, weiß auch gar nicht, ob das großartig gesehen wird. Ja, aber dafür sind wir ja da. Ja, klar. Um das zu sehen und darauf hinzuweisen. Sei damit darauf hingewiesen. Okay. Also ich empfehle ihn tatsächlich. Großer Klau Mauck. Hat mir großen Spaß bereitet, wer den Jason mal wieder in Topform sehen möchte. Wobei man natürlich auch merkt, dass er was in die Jahre gekommen ist und sich nicht mehr so ganz so agil bewegt und viel halt auch mit Schnitt und Kameraführung gemacht werden muss, damit es halt noch sehr dynamisch aussieht. Aber passt. Solange man sich dazu behelfen weiß, kann man auch so einen alten, der ist jetzt auch schon über 50, Ende 50. Der geht auf die 60 zu. Genau. Der ist 56, 57. Macht immer noch alle seine Stunts und Kämpfe selbst. Ja. Dafür ist es ziemlich gut. Ja, sieht jünger aus als ich. Ist es aber nicht. Das gibt es doch gar nicht. Ja, ich habe die Zeit nicht gefunden. Ich, ja, habe andere Sachen geguckt, die wir dann aufgenommen haben und dann schneiden und so weiter und so fort. Hat sich nicht ergeben, aber vielleicht schaffe ich es diese Woche. Aber da steht ja noch das Bujo auf dem Plan. Stimmt. Es steht ja noch Poor Things natürlich auf dem Plan. Ich komme dann im nächsten Podcast. Und beim Bujo, beim Weihnachts-Bujo, habe ich ja mal wieder etwas gewonnen bei der Pantomime. Die alljährliche Weihnachtspantomime. Und zwar ein Sack voller Filme. Den habe ich mir dann mit meinem Pantomime-Partner dann geteilt. Also mehr Eier gibt es. Richtig. Und da waren so ein paar Filmchen dabei. Einige, die wir auch schon kennen und die wir hier auch schon besprochen haben. Schöne Versionen, habe ich ja gesagt. Und ein Film, der mir noch nichts gesagt hat. Meine Frau meinte, ah, schönes Cover. Klingt interessant. Lass mal mitnehmen. Lass mal gucken. Ich war komplett unvorheingenommen. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Der Film heißt Mary, Alpha, Yankee, Delta, Alpha, Yankee, Mayday. Ein Kriegsfilm? Ja, mehr oder weniger. Dazu komme ich aber gleich. Also erst mal dieses Mary, Alpha, Yankee, Delta, Alpha, Yankee kommt in dem Film sehr häufig vor. Ich darf das hier in diesem Haushalt auch nicht, also ich hoffe, das wurde jetzt gerade nicht gehört, weil sonst wird es natürlich ärgern. Ich darf das nicht mehr nachmachen. Okay. Weil sonst hier, der Geduldsfaden ist schon gerissen. So nervig? Was das angeht. Es ist schon echt nervig, weil es häufig in einem Film vorkommt. Also es ist ein Film aus dem Jahr 2021. Regie, Drehbuch und die Produktion hat Karen Sinor, wenn man das so ausspricht, Kinori, Kinor, keine Ahnung, übernommen. Eine Dame, die bis auf diese Credits, habe ich nichts weiteres gefunden. Also das scheint so die einzige Arbeit von ihr bisher zu sein. Also Regie übernommen, das Drehbuch geschrieben und produziert. Und zwar einen Film. Ach, jetzt weiß ich, warum du denkst, das ist ein Kriegsfilm. Weil das bei Google als erstes angezeigt wird. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir das Poster angeschaut. Und Mayday ist ja auch ein Begriff, den man bei Schiffbruch oder was auch immer halt bringt. Dachte ich halt. Und die sehen halt auch alle so uniformiert aus. Ja, 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 genau. Also da komme ich gleich zu. Und zwar im Mittelpunkt steht hier die junge Anna. Die wird gespielt von Grace Van Patten. Oder Van Patten, heißt das bestimmt im Ursprung. Aber egal. Wir machen es ja amerikanisch. Grace Van Patten. Und die ist Kellnerin bei Veranstaltungen und so weiter. Und der Chef von ihr, der macht ihr das Leben schwer. Der ist so Choleriker. Und ja, eigentlich ist die durch mit dem Job, mit ihrem Leben. Ist einfach nur noch frustriert. Und ja, einfach geprägt von negativen Gefühlen. Und beschließt dann irgendwann, das ist so ganz am Anfang des Films halt, ihren Kopf in den Ofen zu stecken. Und durch diesen Ofen kommt sie auf einmal in eine andere Welt. In eine Welt, von der sie geträumt hat im Vorfeld. Okay, also hier fände sie. So eine Insel. Es ist so ein bisschen Alice im Wunderland mäßig natürlich. Da läuten ja die Glocken. Diese Welt, von der sie immer geträumt hat, die quasi so ein Ausbruch, so der Eskapismus ihres Alltags war, das ist so eine Insel. Und da trifft sie dann auf eine Gruppe weiterer junger Damen. Unter anderem auf Mia Goth auch. Die jetzt mittlerweile überall mitspielt. Ist aber auch eine gute. Ja, ja, ist eine gute. Und die spielt auch hier wieder ihre Rolle. Der guten. Ganz gut. Ja, es ist so, dass sie dann, also auf dieser Insel herrscht halt irgendwie Krieg. Deswegen sind die auch uniformiert und bewaffnet. Und zwar die andere Gruppe sind halt nur Männer oder Jungs, junge Männer. Und so kämpfen auf dieser Insel dann halt die Männer gegen die Frauen. Also die Botschaft ist jetzt nicht so verschlüsselt. Es ist der Geschlechterkrieg, der hier stattfindet. Und die versuchen halt diese Anna die ganze Zeit dazu einer guten Soldatin zu machen. Vor allem die Marsha, also die von Mia Goth gespielte Charakter. Die ist also sehr interessiert an der Anna und will wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Der kann ich wirklich empfehlen, generell mal bei Letterboxd, sich mal die Rezensionen durchzulesen. Also generell bei jedem Film, den man so geguckt hat. Da sind manche Leute, die machen das so lustig. Die schreiben halt manchmal auch einfach nur einen Satz oder so lustige Sachen. Zum Beispiel bei Saltburn, den wir letzte Woche besprochen haben, hat einer nur geschrieben, The Killing of a Sacred Queer. Ja, das finde ich gut. Ja, sowas halt. Und zu dem Film hat jemand geschrieben, irgendwie so Mia Goth bekommt das Drehbuch zu einem Film, in dem sie mitspielt und fragt so, ey, kann ich die Figur dann auch irgendwie homosexuell spielen? Und die Antwort ist ihr egal, sie macht es trotzdem. Naja, und so ist das dann hier tatsächlich. Also es passt hier zu dem Film auch so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall geht es dann darum, sie zu dieser Soldatin zu machen, aber irgendwie will die Anna dann auch nicht so wirklich. Sie schafft es auch nicht, sie ist nicht so gut. Und sie hat immer noch so, so Stück für Stück fühlt sich immer wieder ein bisschen doch wieder hingezogen in diese andere Welt, aus der sie ja kam. Juliette Lewis spielt übrigens noch in der Nebenrolle mit. Die sieht fast noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Hat da so eine Figur, also die kommt sowohl in der einen Welt als auch in der anderen Welt vor. Ist auch ein cooler Charakter mit einem Motorrad und so. Ja, ich weiß nicht, es zieht sich da ganz schön auf der Insel. Der Film wird recht schnell ziemlich langweilig. Weil es ist so, von der Symbolik her hat man das alles dann recht schnell verstanden. Dann kommt die ganze Zeit dieses Mary Alpha Yankee, Delta Alpha Yankee. Dann geht es irgendwie darum, sie wieder in diese andere Welt zurückzuschicken. Okay. Mithilfe von, ich glaube, das ist ein... Ja, Waschmaschinen. ...minen. Nee. Nee, irgendwie. Nee, ins Wasser sollen die dann schwimmen, da im Meer mit irgendwelchen Strudeln. Und dann sind da, glaube ich, so Minen oder so. Es ist auch ein paar Wochen her, dass ich den Film gesehen habe. Es ist aber, es ist auch irgendwie egal und so. Der Film soll anscheinend zum Interpretieren anregen oder irgendwie, also der ist auch ein bisschen weird, aber der ist halt nicht so dieses coole Weird. Das ist nicht Swiss Army, man, was sehr schade ist, weil, okay, klar, so dieses mit, ja, die Geschlechter kämpfen gegeneinander und so. Und das ist halt irgendwie, aus meiner Sicht, ist das so eine Art Pseudo-Feminismus. Und es ist einfach kein guter Film. Ja. Der ist einfach auch läpsch, langweilig, weil so auf der Insel, es gibt halt nicht so richtig, die Motivation ist halt irgendwie so, ja, okay, sie soll halt Soldatin werden. Ja, gut, ab und zu kommen halt mal die Jungs vorbei. Dann ballern die ein bisschen, also mit Waffen halt, ne? Mhm. Und ja, das war es dann auch irgendwie großartig. Meine Interpretation davon ist, dass die sich das Leben nehmen wollte, weil sie fertig mit der Welt war und deswegen halt den Kopf in den Ofen stecken möchte. Und dann dieses Inselparadies, in Anführungsstrichen, ist quasi so Limbo, irgendwie diese Zwischenwelt. Und das ist dann so dieser Kampf, entscheide ich mich dafür, mein Leben jetzt hier zu beenden oder nicht? Ja. Das Ende, ja, könnte ich verraten, weil ich empfehle den Film eh keinen. Nö, 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 nö. Ja, das ist, hatte ich, glaube ich, letztens auch schon angekündigt, das ist halt dieser Film, der ist ungewöhnlich, habe ich so noch nicht gesehen, außergewöhnlich, aber einfach nicht gut. Aber scheiße. Ja, das war wirklich eine Enttäuschung. Ja, das war es. Mehr will ich gar nicht mehr sagen. Cut, fertig, aus. Ja, reicht auch. Kommen wir da mal. Womit können wir weitermachen? Mit einem aktuellen Kinofilm. Ja, der läuft noch im Kino, läuft aber auch schon beim Streaming, bei Netflix mittlerweile, ich glaube in der zweiten Woche oder so. Ein Film, den ich unbedingt sehen wollte, aus zwei verschiedenen Gründen, aber auch auf gewisse Art und Weise nicht, weil so langsam es mich schon ermüdet. Diese Biopics, die seit Jahren hier aus den Federn der Drehbuchautoren sprießen, wird ja wirklich jeder Arsch jetzt irgendwie, also jede Band, jeder Künstler in irgendeiner Form wird verewigt. Ich meine, dieses Jahr hatten wir auch noch Willi, Willi Vanilli? Milli Vanilli? Milli Vanilli. Ja, der ja ganz cool sein soll, aber so langsam wird es schwierig. Ich hatte ja Priscilla letzte Woche, wir hatten Elvis, wir hatten Elton John und wie sie nicht alle heißen. Jetzt mal einen, der etwas unbekannter ist. Anscheinend, was mich wundert. Wieso ist der unbekannt? Also wüsste ich jetzt erstens nicht, dass der unbekannt ist. Zweitens, es gab natürlich auch sehr kreative Beiträge, wie zum Beispiel den Weird Al Jankovic-Film. Stimmt, der war ja auch Netflix. Ja, der kam irgendwann auf Netflix, ich glaube, der war Hulu ursprünglich. Ach so, okay. Das ist auf jeden Fall ein sehr kreativer Beitrag. So kann man nämlich auch mal einen Biopic angehen, indem man das einfach einen kompletten Schwachsinn macht, der nichts mit dem Leben zu tun hat. Ja, passt ja. Das war einfach passend für die Figur, für die Person, die dargestellt wurde. Genau, was ich halt nicht weiß, ist, ob der Film Maestro beziehungsweise die Herangehensweise unbedingt zu 100% Leonard Bernstein zu ihm passt, weil es doch ein sehr klassisches Biopic ist. Wir begleiten hier mehrere Dekaden seines Lebens. Tatsächlich ist allerdings die Musik komplett im Hintergrund. Das ist vor allem das, was ich gar nicht so verstanden habe. Nimmt sich da sehr zurück. Wir sehen zwar dann auch, wie er dirigiert, wie er ein Orchester leitet. Man sieht so die Eckpunkte, wie er durch einen Zufall, sag ich mal, eingesprungen ist und dann das, was er ursprünglich gemacht hat, davon abgelassen hat und irgendwann ein Komponist geworden ist. Ich bin jetzt auch kein großer Leonard Bernstein-Fan oder Kenner, weil ich habe halt bei Maestro zuerst einmal gehofft, das ist ein Biopic zu Ennio Morricone, weil Morricone eigentlich der Maestro ist und nicht Bernstein. Aber gut. Das ist so ein Ding, in Deutschland verwechselt man das. Maestro heißt einfach nur Dirigent. Das heißt nicht der Meister. Ja, ja. Das fand ich schon immer komisch. Stimmt. Rui Costa zum Beispiel war bei Benfica immer die Nummer 10. Er war der Maestro. Der war halt der Dirigent. Die haben das in Deutschland immer so mit Meister übersetzt. Aber das stimmt nicht. Maestro heißt Dirigent. Stimmt. Ja, du hast recht. Ja, stimmt. Darüber habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Damit passt es ja zu beiden. Allerdings. Richtig. Nee, aber letztlich hat sich doch dennoch der Maestro bei mir verankert in Morricone. Ist für mich auch der größte Musikschaffende. Was ist mit Ludwig van Beethoven? Du als alter Bonner. Also, was ist hier los? Ja, nein. Morricone ist für mich der größte. Ich werde den ganz tausend nennen. Viele haben supergeile Musik gemacht. Aber wenn es darum geht, einen zu nennen, dann wäre es Morricone. Es geht mir um deinen Lokalpatriotismus. Um den Mangel daran. Aha. Den prangere ich an. Zu Recht. Nichtsdestoweniger Trotz haben wir hier natürlich auch wieder was zu bewundern. Das ist natürlich zum einen das Schauspiel. Bradley Cooper spielt Leonard Bernstein. Carrie Mulligan spielt seine Ehefrau. Den Namen habe ich gerade leider vergessen. Was ein bisschen schade ist, weil sie tatsächlich gar nicht so unwichtig ist. Also zum Beispiel, wenn man sich Priscilla und Elvis anschaut, da ist Priscilla halt eigentlich mehr nur so für ihr Aussehen und für das Dasein als Ehefrau halt bekannt. Aber sie war tatsächlich, also die Ehefrau von Bernstein, war halt auch Schauspielerin und ich meine auch Sängerin. Und sie ist auf jeden Fall hier auch deutlich präsenter, als man das vermuten kann. Das ist ja auch praktisch, dass sie dann von einer Schauspielerin gespielt wird. Von einer sehr guten sogar. Die ist ja, glaube ich, auch dafür nominiert worden mehrfach. Spielt sie auch hervorragend. Hat auf jeden Fall auch die emotionalen Momente dann letztlich hier aufgewertet. Aber auch Cooper macht das sehr stark, weil der ja auch mit Maske dann halt über mehrere Dekaden dann einen alternden Bernstein spielen muss. Und letztlich ist dann halt auch dieses Zusammenspiel das Wichtige, weil es geht letztlich am ehesten um deren Ehe, um die Probleme in deren Ehe, weil Leonard Bernstein bekanntermaßen bisexuell war. Und das ist halt natürlich auch ein wichtiges Thema. Aber auch, weil es halt Bestandteil seines Lebens war. Und ihn auch so ein bisschen ausgemacht hat. Was mich ein bisschen gewundert hat, ich habe das nicht recherchiert, ob dem so ist. Aber ich fand dann die Darstellung auch sehr interessant. Also ich wusste das tatsächlich nur durch Kritiken vorher. Mir war das nicht bekannt, dass Bernstein bisexuell war. Das Prinzip vom Schauspiel her wirkte das auch schon so, als würde man das hier ganz offensichtlich machen wollen. zeigen in Gestik, in Mimik, in Sprache, Betonung etc., dass wir es hier mit einem tendenziell schwulen Menschen zu tun haben. Ja, aber ich meine, wie macht man, also Bisexualität, wie stellt man das denn dar? Nee, er wurde eher als schwul dargestellt. Okay, aber ich weiß auch nicht, ist das wirklich so das Wichtige im Leben eines Dirigenten, im Leben eines Künstlers? Also frage ich mich generell bei manchen Biopics, warum zeigt man gewisse Sachen oder jetzt bei ihm, du sagst, die Musik stand im Hintergrund. Der Film heißt Dirigent im Prinzip, ja? Warum zur Hölle? Also ich habe den für mich gesehen, vielleicht ist der ja super, kann sein, ne? Aber ich frage mich jetzt schon so, Gott, wieso ist denn jetzt der Fokus auf seinem Privatleben? Ist das Privatleben denn so interessant? Ist das so wichtig? Nee, das ist halt die Sache. Ich fand es halt nicht interessant. Ich weiß nicht, wie weit man interessante Geschichten über ihn erzählen kann, weil das, was das musikalisch angeht, ich weiß, dass er West Side Story geschrieben hat, musikalisch halt schon ein paar sehr coole Sachen geliefert hat. Ich kann da nichts nennen von, ne? Aber, also es wird halt seine Arbeit als Dirigent, findet natürlich Erwähnungen, weil wir sehen ihn dann halt auch immer vom Orchester. Man sieht ihn aber auch sehr viele Exzesse erleben. Da hat man so manchmal das Gefühl, okay, das ist ein zweiter Freddie Mercury oder so, weil er auf der einen Seite macht er dann seine Musik, aber auf der anderen Seite Exzesse mit Partys und mit Fremdgehen und was dann auch seine Ehe natürlich belastet. Irgendwie fand ich das dann auch wieder merkwürdig. Aber gut. Ich frage mich immer, warum man das dann erzählt. Ja. Arbeitet das auf irgendeinen wichtigen Punkt hin? Nö. Ah, okay. Also, vielleicht sehe ich den nicht. Also letztlich hat er einen Satz, den er am Schluss sagt. Habe ich mir tatsächlich sogar notiert. Der Sommer singt in mir, was so eine Art Rekapitulation seiner Ehe so ein bisschen darstellt beziehungsweise versinnbildlichen soll, was seine Frau ihm bedeutet hat. So, so. Also ist es mehr oder weniger eher dann letztlich eine Liebeserklärung an seine Frau, denn seine Musik, was ich nicht ganz verstehe. Okay, ich auch nicht. Ja, aber gut. Der ist ansonsten eigentlich recht tadellos gemacht. Inszenatorisch hat mir das gut gefallen, weil es auch ein bisschen theaterhaft manchmal wirkt. Die haben teilweise sehr einen coolen Schnitt, sehr coole Szenenübergänge. Spielt dann auch mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wenn er dann was aus älteren Zeiten, sag ich mal, erzählt und Farbe halt, was spätere Momente darstellt. Ja, aber ansonsten, der fängt sehr stark an und kann dann leider nicht mehr irgendwie so die Erwartungen dann auch erfüllen. Das ist für mich dann irgendwie so ein bisschen hingeplätschert. Der geht etwas über zwei Stunden, braucht man schon ein bisschen Sitzfleisch, hat mich jetzt tatsächlich nicht so richtig begeistert. Auch wenn er schöne Momente hat, wenn er schöne Szenen hat und so weiter und so fort, war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ja, das hört sich sehr danach an. Für mich hört sich das auch ein bisschen komisch an. Ich sehe gerade noch, dass Sarah Silverman mitspielt. Stimmt, genau. Den man ja nur so als Komitien eigentlich kennt. Und ich habe im Vorfeld eigentlich mehr über Bradley Coopers Make-up gehört, denn seine Nase wurde ja der Nase von Leonard Bernstein nachempfunden. Was man dann daraus gemacht hat, war, dass das eine Judennase ist und dann hat man es als, ja, ja. Ja, weil das ja auch so ein Klischee ist, dass Juden große Hakennasen haben. Dieser Stereotyp und dass man den bedient hätte und hin und her und dann frage ich mich auch so, ja, also, wenn der so aussah, dann sah der halt so aus. Jetzt mach doch mal halblang. Also ich bin ja wirklich, wenn irgendwo Antisemitismus stattfindet, der mich der Erste, der sagt, von wegen, es geht nicht, es ist scheiße, lass es mal sein. Aber wenn der einfach so aussah und wie in den meisten Biopics, die versuchen, die Leute auch optisch anzugleichen, ja, ob das jetzt hier bei Bohemian Rhapsody war, ne, den Malick, wie der heißt. Remy, ja. Remy Malick, genau. Der haben sie doch auch dann so versucht in die Richtung Freddie Mercury. Ja. Also, ist das jetzt auch irgendwie sexistisch oder ist das jetzt diskriminierend gegenüber Homosexuellen, weil die, weil sie eben einen Schnurrbart drangemacht haben, weil Freddie Mercury auch einen Schnurrbart hatte und der war schwul. Also manchmal kann man es auch wirklich übertreiben, ne? Ja, leider zu häufig. Das finde ich halt auch mega albern. Habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt, aber klar, das ist bescheuert. Aber gut, die Leute brauchen, ne, Skandale und letztlich ist es ja, da waren wir auch Werbung für den Film gewesen, aber ist auch krass, dass der auch wieder nur so ein ganz kurzes Auswertungsfenster in den Kinos hatte und quasi eine Woche später, glaube ich, direkt schon bei Netflix lief. Das geht mittlerweile echt so schnell. Gut, aber letztlich, es ist eins der Schwächeren, reiht sich da so ein bisschen bei Priscilla ein. Ich freue mich dann tatsächlich jetzt, ich werde den Milli Vanilli mir anschauen, weil der soll echt cool sein, aber der bringt dann auch nochmal eine ganz andere Musik auch rein und ich glaube, da ist die Thematik auch ganz cool, weil die ja so fake beziehungsweise, weil das alles fingiert war, mehr oder weniger. Spoiler vielleicht? Ja, genau, weil das ja keine Sau weiß. Und weil unser Mann Matthias Schweighöfer mitspielt. Unser Mann in Hollywood. Ja, kann ich mich noch gut daran erinnern, als das rauskam mit Milli Vanilli und so. Das war ein Riesenskandal. Siehst du? Für viele wahrscheinlich auch ein Skandal, dass ich den Film Der kleine Horrorladen aka Little Shop of Horrors aus dem Jahr 1986 nicht nur bis jetzt noch nicht besprochen habe, sondern bis vorher zwei Monaten oder so noch nicht in Gänze gesehen habe. Wie geht das denn? Ich kenne die Geschichte, ich habe einzelne Szenen gesehen. Ach krass, okay. Immer mal, ich glaube, Fernseh, Video, keine Ahnung. Irgendwo immer mal Szenen aufgeschnappt, Internet. Die Sache ist, wer mich kennt und wer hier ein aufmerksamer Zuhörer ist, wer ein Aufmixer, schneid es bloß nicht raus, wer ein aufmerksames Mitglied der Filmfressenfamilie ist, weiß, ich mag Musicals nicht unbedingt. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, es gibt Musikfilme oder andere Sachen. Blues Brothers, immer als erstes Beispiel natürlich. Anna and the Apocalypse, letztens habe ich auch noch mal. Ach so, Wonka fand ich jetzt auch, da hat es mich nicht so gestört. Ja. Oder auch so Disney Sachen und so. Jetzt endlich Little Shop of Horrors. Wir erinnern uns an 1960, da hat Roger Corman, den wir natürlich als Fans von B-Filmen und Genrefilmen natürlich verehren und nicht wie andere Kollegen von der Corman-Kackschmiede schreiben. Ja, und seine Filme als schlechteste Filme aller Zeiten bezeichnen und im Nachhinein so tun, als wenn wir das ja doch alles nur cool finden, weil wir wollen. Immer wieder austeilen, du hier möchtest, ne? Ja, weil ich auch immer wieder, auch mit guten Freunden des Kanals, mit sehr, sehr guten Kollegen, auch immer wieder da anstoße, weil die Leute da immer wieder verteidigen und sagen, nein, die mögen das, die finden das doch alles cool. Ich habe hinter den Kulissen mit denen gesprochen. Ja, ich kenne hinter den Kulissen, ich kenne auch Leute, die die Leute kennen und die können das ein bisschen besser, ich sehe, ist scheißegal. Roger Corman hat 1960 auf jeden Fall diesen Film gemacht über diese Pflanze. Gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Da hat unter anderem Jack Nicholson nicht den Zahnarzt, sondern den Patienten gespielt, ne? Genau. Ja, ich meine schon. Auf jeden Fall, der spielt damit. Ja, daraus hat man irgendwann ein Musical gemacht und 1986 hat Frank Oz. Der Zauberer von Oz. Das ist genau der Zauberer von Oz eben. Das ist auf jeden Fall ein Puppenkünstler. Der hat unter anderem den Yoda hergestellt. Aus Herr der Ringe? Genau, Yoda aus Herr der Ringe. Möge die Macht mit dir sein. Ja, cool. Mit Gandalf und so. Mit Harry Potter. Ja, auf jeden Fall. Der ist dafür bekannt, so viele Puppen gebaut zu haben. Puppenspieler, Taschenspieler-Tricks, nein, Puppenspieler-Tricks und so weiter und so fort. Und in dieser Variante aus den 80ern, die ich mir dann jetzt endlich mal gekauft habe, weil ich gesagt habe, komm, ey, für ein paar Euro und ich gucke mir den jetzt mal an, weil ich habe mit dem Thilo drüber gesprochen und der meinte, ey, wirst du den mögen, der ist cool, die Mucke ist auch cool und im Prinzip ist es ja eine Genre-Geschichte. Deswegen habe ich gedacht, komm, gibst du eine Chance. Also, es geht um den Simo, der wird gespielt hier vom Fantastischen Rick Moranis. I shrunk the kids. Der arbeitet in so einem Pflanzenladen und der läuft nicht mehr so gut, der Laden. Aber er ist unsterblich in seine Kollegin verliebt, in die Audrey. Die wird gespielt von Alan Green und wenn er den Job verliert oder in den Laden schließt, dann sieht er sie nicht mehr und das fände er ganz schade. Er kauft sich auf jeden Fall irgendwann so eine Pflanze. Da sehen wir dann, mit der Pflanze ist etwas passiert, die ist besonders. Die sieht besonders aus und ja, auf jeden Fall, sobald die den Weg in den Laden findet, in den Little Shop of Horrors, nein, in diesem Pflanzenladen, kommen auf einmal die Leute angeströmt, ja, wollen die Pflanze kaufen. Sie wollen die nur sehen und kaufen dann ganz viel ein. Und auf jeden Fall, das Geschäft boomt. Nur irgendwann geht diese Pflanze ein. Scheiße. Und keiner weiß, was da passiert und so. Durch einen Zufall kommt sie halt mit dem Blut von Seymour in Berührung und blüht wieder auf. Und er checkt dann, ah, Blut ist die Lösung. Diese Pflanze, die er übrigens Audrey Too nennt, also nach seiner großen Liebe Audrey. Ist ein Vampyr. Ja, ein Vampyr, genau. Sie braucht Blut und irgendwann reicht aber das Blut nicht mehr. Also sie wächst und wächst und wird riesig, aber irgendwann reichen so ein paar Tropfen nicht mehr, sondern muss es schon so ein ganzer Mensch sein. Ja, das ist so die grobe Geschichte. Dann gibt es natürlich noch, was sehr, sehr geil ist, Steve Martin als völlig durchgeknallten Zahnarzt, der dann immer in Lederjacke auf so einem Motorrad daherkommt. Diesen Motorrad kommt einfach irgendwie hergeflogen und der ist halt Audrey's Macker. Und irgendwann geht es halt darum, dass der Seymour die Audrey Too weiterfüttern muss und vielleicht kann er so ja auch ein paar Probleme beiseite räumen. Oder nicht. Begleitet wirklich von sehr cooler, grooviger Musik. Das wusste ich nicht. Also gibt es ein paar richtig coole Songs und das hat mir wirklich gut gefallen. Am geilsten ist halt Feed Me, dieses Song, wo die Pflanze halt, wo Audrey Too halt den Seymour so dazu bewegen will, ihn halt zu füttern. Unglaublich geiler Song. Und dann gibt es halt dadurch diese Szenen mit Steve Martin als Zahnarzt. Und so geil war vor allem er ist ein verrückter Zahnarzt, der seinen Patienten gerne Schmerz zufügt. Und mit so abgefahrenen Gerätschaften den da im Mund rum hantiert. Und dann kommt Bill Murray vorbei. Bill Murray spielt halt einen Masochisten. Und dann trifft halt der Sadist auf den Masochist. Und den Masochist findet es halt total geil, was da passiert. Und der Sadist Steve Martin hat irgendwann keinen Bock mehr, weil es ihm keine Freude macht, dass der andere das halt geil findet. Sehr, sehr abgefahrener Scheiß. Aber was natürlich absolut im Vordergrund steht, sind diese unglaublichen Puppentricks. Diese Audrey Too. Das ist einfach Wahnsinn, was sie da gebaut haben, was sie da einfach geschaffen haben. Weil vor allem diese Pflanze ja auch noch spricht und singt. Ist, glaube ich, landläufig bekannt. Ich droppe den Funfact, aber trotzdem nochmal. Man hat das damals, also die Lippen waren artikuliert, da waren so fünf, sechs Puppenspieler dran. Und haben halt diese ganze Pflanze bewegt. Die konnten nur nicht so schnell sich bewegen, wie ich jetzt hier zum Beispiel ins Mikrofon labere. Also hat man das langsamer aufgenommen und dann vorgespult. Aber es gab ja Szenen, in denen zum Beispiel der Seymour auch dabei war. Und der Rick Moranis ist einfach so ein geiler Schauspieler, dass der sich einfach super langsam bewegt hat. Auch wenn der da einfach so rumgeht, sodass das, wenn die das schneller abspielen, immer noch normal aussieht. Respekt. Ja, da sollte man Respekt zollen. Das ist sehr cool. Der Film ist auch heute noch geil. Ich habe den halt in der aktuellen Emery aus Deutschland hier gekauft. Da ist natürlich auch das alte Ende drin. Was war da nochmal der Unterschied? Genau, Fans werden jetzt natürlich genau wissen, was ich meine. Es war so, das ursprüngliche Ende, Spoiler an der Stelle, wenn ihr es nicht wissen wollt. Aber ich glaube, ich bin der Einzige, der diesen Film noch nicht gesehen hat. Bis vor ein paar Wochen. Alle, die es jetzt hier hören, kennen den wahrscheinlich schon in- und auswendig und können alle Songs mitsingen. Ich bin jetzt auch Teil des Clubs. Naja, auf jeden Fall war das ursprünglich so, dass es irgendwann mehr Audrey IIs gab. Die wurden dann so quasi geklont, weitergezüchtet. Und die wurden alle dann auch immer größer und größer und irgendwann haben die halt die Welt übernommen. Und dann siehst du in den letzten zehn Minuten, wie diese riesigen Audrey IIs, also wirklich dann teilweise so wie Godzilla oder wie King Kong, durch die Stadt rennen und alles kaputt machen, aber überall auf der Welt. Und dann wird die Welt halt eingenommen von Audrey IIs und so. Und das ist natürlich also Effekte, Spektakel, aber halt ein böses Ende, was beim Testpublikum nicht ganz so gut ankam. Also hat man ein alternatives gutes Ende gedreht, in dem eine gewisse Figur auch nicht stirbt und so weiter. Ja, ich als Genre-Fan bevorzuge natürlich das originale Ende, weil erstens es ist das Intendierte und zweitens mag ich natürlich die Monster-Action und ich finde es auch, so ein böses Ende ist doch auch mal okay. Aber es sind beide drauf, oder? Es sind beide drauf, auf der Blu-Ray, genau. Du hast die DVD oder die Blu-Ray? Blu-Ray. Okay, weil die ja relativ teuer ist. Die hat sechs, sieben Euro gekostet. Okay, wo hast du die gekauft? Bei einem Online-Retailer. Okay, weil das die günstigste, was ich gerade finde, sind 42 Euro. Ah, Moment, da muss ich auch mal gerade gucken. Also ich habe die vor ein paar Monaten schon gekauft, ne? Also wie gesagt, das ist auch schon ein paar Wochen her, dass ich den gesehen habe. Okay, ich finde den auch gebraucht für 18 Euro. Was? Dann ist der wahrscheinlich jetzt im Preis gestiegen, weil es die, also es ist die ganz normale Amory, ne? Ah ne, jetzt habe ich ihn woanders, habe ich ihn doch noch zu einem normalen Preis gefunden. Dann werde ich den, glaube ich, mal direkt kaufen. Aber ich habe den ja auch gesehen, ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ich weiß nicht, welche Version ich präferiere. Ich glaube, die modernere Variante einen Ticken, weil es natürlich, ich sage mal, von den Effekten ja schon dann ein bisschen ausgereifter ist, ne? Also von den Puppen, sage ich jetzt mal. Ach, Moment, ich habe das, glaube ich, komplett falsch verstanden. Du hast gefragt, ob beide Filme da drauf sind. Nein. Ne, beide enden. Genau. Aber du meintest, welche Version du bevorzugst? Meinst du die modernere? Also du meinst schon den Film von 86? Genau, genau. Auch wenn der Jack Nicholson in dem 1960er mitspielt. Ja. Gut. Hast du natürlich jetzt in dem 86er auch ein paar mehr renommierte Schauspieler. Aber ich hatte ja über das Original mal gesprochen, aber der ist auch stark. Hat auf jeden Fall eine coole Vorlage. Cooles Remake hier. Schön, dass du ihn endlich geschaut hast. Ja, wie gesagt, klar, ausschnittsweise war der natürlich bekannt. Ich wusste, worum es geht und was da passiert. Aber der ist so als Musicalfilm sehr cool. Ich mag die ganzen Sets, den Style. Das ist so ein heimeliger Film. Mag ich sehr. Finde ich super. Was du ja auch eigentlich in der Regel magst, ist Charles Band, oder? Ja, seine Band mag ich. Ich wusste, dass das kommt. Ihn und seinen Bruder. Er hatte da einen zweiten Vornamen. Charles Robot Band, ne? Ja, genau. Das kann sein. Ja, so ist das. Und auch Wicked Vision mag die ganz besonders, denn die haben quasi eine eigene Reihe von ihm, über ihn, mit ihm. Full Moon Classic Selection. Da sind, ja gut, ist ja sein Label, sein Produktionsfirma war das, ne? Full Moon, ja, ja. Ja, und da habe ich jetzt auch mal mir die erste Scheibe geholt. Die werden da ab und zu mal für ein paar Euro verscherbelt. Ich bin da ja noch nicht so versiert, was seine Filme angeht. Ich kenne ein paar, worauf ich auf jeden Fall auch mal wieder Bock habe, sind die ganzen Puppet Master Geschichten. Gut, da hat er jetzt zwar nicht mal eine Geschichte geführt. Das ist auch viel Müll dabei. Ja, ja, aber trotzdem. Ich habe da auch, glaube ich, die ersten zwei geschaut und danach hört es auch schon auf, aber da gibt es ja mindestens zehn oder zwölf Dinger. Wollten wir eigentlich auch mal einen Podcast, glaube ich, zumachen. Ja, ja, da müsste man aber erst mal sich das alles reinziehen. Das ist schon viel. Ja, wenn man mal Zeit hat. Demonic Toys und so habe ich, glaube ich, auch mal hier besprochen, ne? Ja, kann sein. Ich habe jetzt auf jeden Fall The Creeps gekauft und geguckt. Das ist einer der früheren. Das ist Nummer drei in der Reihe. Und da hat mich dann auch tatsächlich letztlich das Cover so ein bisschen angesprochen. Da sind quasi so die Classic Monster drauf. Also Frankenstein, die Mumie, der Werwolf und Dracula. Allerdings in einem kleineren Format. Also die werden halt von Kleinwüchsigen gespielt, die selber auch noch alle unterschiedlich groß sind. Also es geht dann wirklich vom sehr kleinen Kleinwüchsigen bis zum, ja, fast schon großen Kleinwüchsigen. War auf jeden Fall ein Argument, da mal reinzuschauen neben dem Preis. Und hier geht es dann letztlich auch, wie das so häufig der Fall ist bei so Classic Tales, sag ich jetzt mal, darum, dass ein Wissenschaftler versucht, über Bücher, über Literatur, die zum Leben zu erwecken. Also nicht genau so, ne? Aber irgendein Wissenschaftler versucht ja immer irgendwas, um dann die Weltherrschaft zu erlangen. Und in dem Fall möchte er sich diese vier klassischen Monster über die Originalliteratur mit einer ganz tollen Apparatur, ja, halt zum Leben erwecken. Was halt lustig ist, weil ich nicht wusste, dass die Mumie und der Werwolf irgendwelche literarischen Vorlagen haben. No, they don't. Also wir sehen natürlich Bram Stokers Dracula und Mary Shelley's Frankenstein. Also wirklich auch in Buchform, weil er diese Bücher dann auch in einer Bibliothek klaut, was er ganz geschickt macht. Also ziemlich dumm, aber es funktioniert, weil die Damen hier, die hier die Wacht über die Bücher, über die Bücherei halt haben, nicht so wirklich aufpassen und sich etwas dämlich anstellen. Ja, und dann schafft er es halt über diese vier Bücher, diese vier klassischen Monster zu erwecken. Die sorgen dann tatsächlich letztlich für ein bisschen mehr Belustigung als Schrecken. Ja, weil es halt so Minimes sind von den Monstern. Und was dann auch so das Make-up und Kostüme und so angeht, das wirkt halt eher albern und lächerlich beziehungsweise belustigend. Das ist dann Full Moon, ne? Ja, genau. Low Budget und das merkst du halt auch hier an allen Ecken und Enden. Es hat dann auch diesen Ed Wood Charme in Ansätzen, weil die Kulissen, die sie hier einsetzen, teilweise sehr spartanisch sind. Besonders die Bücherei, also ich glaube, da sieht man nicht ein einziges Buch. Da hat man dann halt so Perspektiven oder Einstellungen beziehungsweise auch Beleuchtung gewählt, dass man halt eigentlich bis auf die Figuren und das eine Buch, was dann halt geklaut werden soll, kaum was sieht. Und auch so eine Videothek ist quasi einfach nur ein Tresen mit ein paar Postern und das soll uns dann halt auch schon dann den kompletten Raum dann halt auch ausfüllen. Das wirkt schon sehr billig, aber irgendwie auch belustigend, weil der Film auch vor so ein bisschen Chauvinismus strotzt. Wir haben ja in der Hauptrolle eine Dame, die entgegen der allgemeinen Figurenzeichnung von weiblichen Hauptrollen eher als die intelligenteste Figur hier rüberkommt, auch wenn sie sich halt als Bibliothekarin letztlich beklauen lässt, weist aber dennoch dann die stereotypischen Merkmale von, ich sag jetzt mal, Sexbomben auf. Also ist halt blond. Das ist halt Fullmoon, die besetzen da immer irgendwelche, ja, sag ich mal so, Seite 3 Mädchen. Ja, genau, ja. Aber zeichnen sie dann zumindest als intelligente Person, was ja dann auch schon gut ist, aber auch irgendwie belustigend ist. Ja, aber das läuft dann natürlich auch so ein bisschen darauf, Damen werden entführt und wir werden dann natürlich auch leicht bekleidet beziehungsweise wir werden dann halt auch ausgezogen dargestellt, ne? Alles, was so der Matthias vom Flohmarkt gerne sieht. Insider. Genau, aber das jetzt auch nicht zu ausufern, der Film geht 80 Minuten. versucht dann halt immer wieder, vor allem durch die vier Monster, so ein bisschen, sag ich mal, Humor und, ja, Unterhaltung irgendwie zu generieren. Äh, funktioniert nicht immer. Es ist dann meistens eher schon so die Unfähigkeit, äh, die hier siegt und uns belustigt, denn das ausgeklügelte Schauspiel oder die Kulissen oder die Musik oder sonst was. Also man muss die Art von Film natürlich in gewisser Form mögen. Ist jetzt nicht unbedingt für mich ein großes Highlight gewesen, aber hab dem auf jeden Fall schon ein bisschen was abgewinnen können und werd mir da auf jeden Fall auch noch ein paar weitere aus dieser Fullmoon-Reihe holen. Bin dann aber auch nicht bereit, dann da so 15 oder mehr Euro dafür zu bezahlen, aber wenn die da mal so vergünstigt in so einer Aktion oder so erscheinen, dann schlage ich da ganz gerne mal zu und hab da auch schon ein paar im Sinn. Du hast da ja auch einige von, ne? Ja, so 8, 9, keine Ahnung. Also war hier Avocado-Dschungel. Ah ja, stimmt. Du hast ja noch mal da mit Wilma oder Dolman, Dolman vs. Demonic Toys, Demonic Toys. Laserkill, irgendwie sowas. Ach ja, Laserkill auch natürlich, alles besprochen hier. Es sind einige dabei. Ja, ich kaufe die meistens aber auch im Sale oder irgendwo gebraucht oder so. Also 10 Euro ist so das Höchste der Gefühle. Ja, auf jeden Fall. Bei mir. Es ist schon nett, die in der Sammlung zu haben, ne? Das ist irgendwie was Kurioses, was Witziges, was aber auch Charles Band drauf hat, im Gegensatz so zu Ed Wood. Oder manchen anderen ist halt auch wirklich immer wieder noch Profit zu schlagen aus seinen Filmen. Also klar, es ist alles günstig produziert, aber verkauft die halt immer noch gut. Ach, der hat ja noch diesen Dr. Mordred auch gemacht. Stimmt. Eigentlich ein Dr. Strange, der dann doch nicht die Lizenz mehr hatte und so mit Jeffrey Combs in der Hauptrolle. Ja, da gibt es schon viel lustiges Zeug auf jeden Fall. Also muss man wissen, auf was man sich einlässt, aber dann kann man da schon auch Spaß mit haben. Was ich gar nicht erwähnt habe, ist, warum die klein sind. Weil, also er wollte natürlich keine kleinen Monster generieren, sondern der Versuch scheitert dann bei der Hälfte. Ich glaube, Bücher werden entwendet oder irgendwas. Ist halt irgendwie mit der Apparatur kaputt gegangen und daraufhin konnte dieser Prozess nicht zu Ende geführt werden und dadurch sind die halt so kleinwüchsig. Sind sie ja nur halbgroß. Genau, und das macht sie halt auch so ein bisschen sauer. Und daraufhin rasten die halt auch raus und übernehmen dann auch letztlich Kontrolle und treiben dann halt eigentlich auch nur noch Schabernack. Aber es wird dann halt so ein Monsterspaß. Ey, finde ich lustig. Muss sagen, finde ich lustig, bin ich dabei. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Habe ich jetzt auch quasi nur für dich besprochen. Achso, sehr nett. Aber es steht ja noch ein Film aus der aus der Wicked Vision Schmiede. Du hast ja zum Geburtstag noch einen Black Cinema Titel gekriegt. Ist das dein da auch schon irgendwie gepackt, dass der irgendwann mal kommt? Hast du den schon gesehen? Nö, aber den werde ich mir dann natürlich auch anschauen und gemeinsam besprechen. Ich habe mir eh vorgenommen, in nächster Zeit ein paar meiner Geschenke und Empfehlungen der vergangenen Woche, aber auch der vergangenen Jahre mal endlich in Augenschein zu nehmen. Abzuarbeiten. Ja, wenn man das so möchte, aber ich sehe das nicht als Arbeit. Ich freue mich da auch drauf. Unter anderem gehört auch dieser Titel dazu, den du gerade genannt hast. Darf ich nicht verraten? Wieso nicht? Das ist der zweite Teil von Black Caesar. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Den du mir geschenkt hast. Ja, aber ich wusste nicht, dass das der zweite Teil ist, weil das sagt der Titel ja nicht. Das habe ich dir aber gesagt. Sogar an dem Abend, als du mir geschenkt hast. Ich höre dir ja in erreglich zu, von daher ist das jetzt auch nicht überraschend. Du warst einfach schon rotzevoll, das kann sein. Ja, das kann auch sein. Ja, das kann auch sein. Macht ja nix. Der Kai hat mir auch noch den Pain and Gain in die Hand gedrückt. Ah, der mit The Rock? Ja, ich sollte den unbedingt gucken, weil das ein guter Michael Bay Film sei. Bin ich mal gespannt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Dem Kai würde ich nicht trauen. Nee, der hat mir ja auch die Complete Edition von Fast and Furious geschenkt. Stimmt! Mit allen fünf Teilen. Da sind alle fünf Teile drauf. Geil. Und ich habe letztes Jahr den zehnten im Kino gesehen. Na ja, stimmt. Ja, da müssen wir auch noch mal ran an Fast and Furious. Eines Tages. Scheiße. Ich glaube schon. Also ja, ich mache das, weil Kai hat mir das geschenkt. Schöne Grüße, falls du es hörst, Kai. Und da will ich natürlich das nicht im Schrank versauern lassen. Dann kommen wir jetzt zum Patreon-Pick. Zum Abschluss. Was ganz Besonderes von einem ganz besonderen Patreon, nämlich... Tom! Ah, Atombomb. Es stimmt! Ist doch der Tom. Ja, genau. Ja, der hat sich was ganz Spezielles gewünscht. Für dich, glaube ich, am ehesten. Nee, aber auch für dich. Und das ist ja das Geile. Ich glaube, der hat sich was gewünscht, wo wir beide was von haben. Okay, dann bin ich gespannt, was du denkst, was der für mich da hat. Ja, das ist eigentlich total offensichtlich. Aber okay, also erst mal es ist ein Film aus den 60ern und es ist ein B-Film. Ja. So ein Rip-Off, so ein, wir haben die Lizenzen nicht, aber wir machen es trotzdem. Also das ist dann vielleicht ein bisschen mehr in meine Richtung, aber du kannst ja auch manchmal Spaß damit haben. Aber es geht darum, dass in Mexiko, ja, also da kommt der Film auch her. Mexiko, genau. Mexiko. Was gibt es in Mexiko? Mexikaner. Dass da nach und nach Wrestler umgebracht werden. Ach so. Das Wrestling ist ja wohl voll da. Ja, okay, gut, stimmt. Aber das Wrestling kommt ja hier auch ein bisschen kurz. Ja, aber es kommt vor. Ja, also indirekt. Die werfen sich da ein bisschen hin und her. Okay, einmal sind sie im Ring, aber ja. Wir sind auch ein paar Mal im Ring und beim Training und so weiter. Ich sage ja nicht, nicht, dass das Wrestling gut ist, aber Wrestling spielt hier eine Rolle. Das stimmt. Auf jeden Fall werden hier nach und nach Wrestler getötet und die Polizei weiß sich nicht zu helfen, holt einen Spezialagenten dazu und der Spezialagent hat auch keine bessere Idee als, Achtung, Trommelwirbel, The Bad Woman dazu zu holen. Das ist auch der Filmtitel. Zumindest, wenn man den spanischen Titel übersetzt, kommt da The Bad Woman raus. Aber der deutsche Titel ist eigentlich viel geiler. Total, ich verstehe nicht, wie man auf so einen Titel kommt. Draculas Tochter und Professor Satanas. Also die 60er. What the fuck? Ich verstehe es. Die 60er waren einfach das Jahrzehnt, in dem man irgendwie Dracula in jeden Filmtitel reinprügeln musste und wollte, einfach weil man es konnte. Aber es ergibt 0,0 Sinn. Also Django hat man ja häufig noch verstanden. Aber ich finde auch bei Dracula so hier die toten Augen des Dr. Dracula oder die Stunde, wenn Dracula kommt. Ganz ehrlich, ich meine, das hat nichts mit Dracula zu tun, aber es sind zumindest Filme mit so einem Vampirelement. Es ist zumindest noch das Genre. Genau, aber hier gar nicht. Was erwartest du von einem Film, der Draculas Tochter und Professor Satanas heißt? Genau das. Denkt an so Hammer oder an Hammer Ripoff und denkt dann irgendwie so, okay gut, jetzt kommt hier so ein Horrorfilm. Das ist kein Horrorfilm. Das hier ist ein ... Trash-Film. Ja, Trash-Action-Film. Es wäre auf jeden Fall was für einen Steffen. Perfekt für den Ereignis. Das stimmt, obwohl ich finde, dass der nicht komplett hier kompetenzlos ist. Dass er kompetenzlos in Szene gesetzt ist. Ach so, okay. Dank ihr, ne? Genau. Die liebreizende Maura Monty spielt hier Batwoman. Es handelt sich wirklich um die Batwoman, denn wir befinden uns 1968, also genau in der Zeit, als noch der Adam West Batman lief oder als er noch ziemlich aktuell war. Wir kennen ja die Serie von damals. Pow, bam, boom. Und sie hat als Batwoman dann dieses Kostüm an, also nicht das Kostüm, sondern die Maske und den Umhang. Und ansonsten ist sie halt leicht bekleidet in einem Badkini. Auf jeden Fall ist das ein Maximal-Bikini, den die da anhat. Ja, der Badkini. Das ist schon ziemlich nett. Ja, sehr schön anzusehen. Also ich beschwere mich nicht. Nö. Ich komme da auf meine Kosten, super. Ich meine, es ist auch vorteilhaft, weil das ja eigentlich schon ihre Gegner ablenken sollte. Ja, vollkommen. Lärte, ich habe gerade schon abgelenkt. Genau, ja. Und sie kann auch ordentlich zuhauen. Sie ist quasi furchtlos, außer wenn es um das Thema Mäuse geht. Ach, stimmt. Das ist der Schlussgeg, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, Spoiler! Ja, ach, scheiß drauf. Was für Spoiler. Jetzt ist so. Ach so, ja, das ist die Story. Bad Woman kommt dann zur Hilfe und sie kommt dann langsam, ohne jetzt zu viel zu verraten, einem verrückten Wissenschaftler auf die Schliche. Schon wieder? Der einen Fischmenschen züchten möchte. Genau, die Gilman quasi. Er will den Gilman züchten. Die Creature from the Black Lagoon. Nur in Rot. Ja, in Rot. Und ein bisschen fischiger noch. Was macht er dazu mit seinem Gehilfen? Er hat auch wirklich so ganz klischee-mäßig noch so einen Gehilfen. Er nimmt Wrestler, weil das sind ja die stärksten, krassesten, besten Typen der Welt. Das kannst du bestätigen. Ach, definitiv. Ja, und da holen die irgendwas aus dem Gehirn? Ist das aus dem Rückgrat? Rückenmark. Aus Rückenmark ist das. Flüssigkeit, so rum. Ja, genau. Entnehmen die und wollen dann da irgendwie so einen Fischmenschen draus machen und so. Genau. Das ist natürlich alles, außer von Kostüm her und von Ausstattung und so, ist das limitiert. Weil, wie gesagt, das ist ein B-Film aus Mexiko, aus dem Ende der 60er Jahre, der auch nur 80 Minuten geht oder so. Ja. Aber das ist irgendwie ganz nett. Also, finde ich schon. Also, der Film nimmt sich leider ein bisschen ernst. Aber ich sag mal so, auch vielleicht für ein jüngeres, obwohl ja, ein jüngeres Publikum, dafür ist sie schon sehr leicht bekleidet, ne? Ja. Aber es ist so in Mexiko, glaube ich, nicht so ein Problem. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der in Deutschland eine FSG 12 hat. Ich weiß gar nicht, ob der erschienen ist, hätte gesagt, in Deutschland. Das weiß ich auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine FSG 12 kriegen würde. Kann sein. Also, Maura Monti, übrigens eine Italienerin, aber der Film natürlich aus Mexiko, das heißt, sie sprechen Spanisch, da heißt er La Mujer Murcielago. Und da gibt es dann halt immer mal wieder so ein bisschen Action, ne? Dann kloppen die sich, dann gibt es sehr langsame und unspektakuläre Verfolgungsjagden. Aber immerhin passiert immer etwas. Ja. Sobald dann der, ja, sag ich mal, der Gilman dann am Start ist, gibt es auch, und das muss ich mal sagen, für einen Film, der wirklich offensichtlich nicht so viel Budget hatte, sind die Unterwasseraufnahmen ziemlich gelungen, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Der Gilman sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Der ist so eine etwas günstigere Variante, wenn man den Original-Gilman daneben setzen würde. Auf Wish bestellt, quasi. Du magst Wish, ne? Genau, ja. Ja, aber nicht ganz so schlimm, ne? Ja. Ja, und ansonsten ist sie halt da manchmal beim Wrestling-Training und zeigt da anderen Frauen, wie man sich wehren kann. Manchmal wrestelt sie auch. Also irgendwie ist das so, so das Ding von Badwoman, dass die halt so wrestelt. Ja. Aber die kommt dann auch immer nur so für, also beziehungsweise die Szene fängt dann in der Regel an, wenn sie schon dabei ist zu wrestlen. Und das sind dann ein, zwei Moves und dann geht die auch schon wieder weg. Und neue Szene. Ja, die hatte wichtige Sachen zu tun, Verbrechensbekämpfung zum Beispiel. Also garniert das Ganze übrigens zwischendurch mit so ein bisschen Helge-Schneider-Jazz. Ich meine manchmal das Gefühl. Also irgendwie so nicht marimba-fond, so ein bisschen metallophon, so dumm, 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 dumm. So ein bisschen, ja, nette Musik. Ich finde, der ist kompetenter, als ich gedacht hätte. Okay. Also als du erst mal zu mir geschrieben hast, hier, wir gucken The Badwoman als Patron Pick. Das Los hat The Badwoman, ich wusste gar nicht, dass es davon einen Film gibt. Oder dann so 68, achso, wahrscheinlich so ein Spin-Off, oder gab es wirklich noch so einen Fernsehfilm von dem Adam West-Ding irgendwie. Und dann habe ich erst gecheckt, oh, aha, die Mexikaner, Die haben natürlich keine Lizenzen gekauft. Rechte und so sind dann egal. Haben einfach gemacht. Aus der Türkei gibt es auch diese Superman und Batman und Spiderman-Filme und so weiter. Oder den Exorzist. Genau, den Exorzist. Aber so schlecht ist das hier nicht, finde ich. Also das ist jetzt nicht so, das ist nicht die absolute Grütze. Das sind schon ansehnliche Locations, in denen die filmen. Also es spielt ja auch irgendwie in Acapulco. Also sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Dann sind sie immer auf dem Boot. Dann gibt es, wie gesagt, auf der Straße diese Verfolgungsjagd. Dann sind sie mal im Fitness, also im Trainings-Ding hier beim Wrestling. Dann im Ring. Ich weiß nicht. Also es ist irgendwie immer was los. Dann unter Wasser. Dann sind sie in dem Labor von verrückten Wissenschaftlern. Also irgendwie ist immer was los hier, sodass die 80 Minuten dann schon locker vorbeigehen. Ich fand den jetzt echt nicht so scheiße, wie ich gedacht habe, dass er wird. Ja, er ist nicht so scheiße, wie er hätte sein können. Die Sache ist aber auch, der arbeitet sehr cool, wirklich in diesen Wasser- Unterwasseraufnahmen und halt mit diesem Creature. Und das, was auf dem Schiff passiert, ist ja dann auch immer eine nette Abwechslung und bietet ja dann schon auch in gewisser Form Action und in gewisser Hinsicht dann auch so ein bisschen den Charme, so dieser 50er Science-Fiction Geschichten mit so Professoren, die dann an Apparaturen rumdoktoren und unsinniges Zeug reden. Und der lacht ja dann auch immer so hämisch, weil er halt die Weltherrschaft damit übernehmen kann oder weiß ich nicht. Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich gar nicht so ganz verstanden habe, was er dann mit diesem Gilman erreichen will. Hat er dann, baut er sich dann eine Armee von Gilmans auf und unterjocht dann quasi die Menschheit oder was soll da mitgeschehen? Ne, ich glaube, da ist die Frage, ist mit zu viel Logik behaftet. Du hast dann dieses Kostüm zur Verfügung und dann sagst du, okay gut, Badwoman muss irgendwie halb bekleidet gegen Gilman kämpfen, da können wir ein paar coole Unterwasseraufnahmen machen und dann haben die irgendeine Geschichte da drunter, da rumgestrickt. Da wird jetzt nicht irgendwie eine ausgeklügelte Handlung die Vorlage gewesen sein, um diese Geschichte zu erzählen. Ja, aber ich würde auch sagen, letztlich habe ich da größeren Stund erwartet. Aber die gute, wie heißt der nochmal? Maura Monti. Ja, ist halt auch schon nett anzusehen, kann man leider nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Und ich finde auch das Poster sehr cool. Das klassische. Das original Filmplakat mit dem spanischen Titel. La mujer musellago. Das sieht echt cool aus. Also falls uns das mal jemand zukommen lassen möchte, falls das irgendwo rumfliegen hat oder so, oder uns eine Freude machen möchte, würden wir bestimmt mal ins Studio hängen. Auf jeden Fall. Das würde einen Ehrenplatz kriegen. Ja. Und damit sind wir am Ende des dieswöchigen Podcasts Cinefeel. Meine Damen und Herren, vielleicht habt ihr auch schon das neue Thumbnail gesehen. Falls es denn schon fertig ist, weiß ich nicht. Wenn nicht, hat der Peter es jetzt rausgeschnitten oder hat es drin gelassen, um euch zu teasern für nächste Woche. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Falls ihr euch jetzt fragt, oh, jetzt ist der Podcast schon wieder vorbei. Was soll ich denn jetzt machen? Guckt einfach mal die letzten paar Videos, die wir auch für euch veröffentlicht haben. Das war unter anderem die Besprechung der Serie Monarch, Legacy of Monsters. Da geht es ein bisschen um Godzilla und seine Kumpels. Und dann hatten wir auch noch dem Shutter Island eine zweite Chance gegeben und den besprochen. Und wer sich fragt, wieso die zweite Chance? Einfach mal das Video gucken und das Format verstehen. Ich bedanke mich bei allen, die sich das jetzt hier angehört haben und auch beim Peter natürlich, wie immer. Und ich verabschiede mich jetzt einfach und sage, bis zum Nächsten. Wunderbare Schlussworte, wie immer. Ich bedanke mich auch bei dir für diesen feinen Talk hier über zuletzt gesehene Filme. Das werden wir natürlich nächste Woche fortsetzen. Bin gespannt, was wir neben Poor Things dann noch so mitbringen werden. Auf jeden Fall natürlich wieder einen fantastischen Patreon-Pick. Aber dann kann ich ja zumindest auch das Sonntagsvideo noch ankündigen. Das wird was wird? Endlich ein Evelurk sein, den wir vorab in den USA schon schauen konnten und ihn dann tatsächlich auch schon vor dem Fantasy Filmfest besprechen konnten. Und den lassen wir direkt mal auf euch los als absoluter Tipp. Das heißt, nach dem Review, also wenn ihr das Review geschaut habt, der ist auch, das ist auch relativ spoilerfrei, empfehlen wir natürlich auf jeden Fall euch noch Tickets beim Fantasy Filmfest in Köln, in Hamburg oder sonst wo. Es gibt ja fünf verschiedene Städte, in denen er laufen wird, euch noch zu ergattern, um diesen und vielleicht auch noch ein paar andere euch anzuschauen. Und in diesem Sinne bleibt mir nicht viel mehr, als zu sagen, ich hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.